Ja, Saidi, kennst du noch diese Süßigkeiten-Werbung, gewinnen sie immer, wenn ich auf Gold setze? Ach du meine Güte, ja, es klingelt so, das ist schon lange her. So eine berühmte Praline, rund und um genau dieses Thema geht es heute, nicht um Süßigkeiten, leider wäre es ein schönes Thema, sondern um Gold. Und Gold ist ja generell die Nummer eins, also egal ob Fußball, Europameisterschaft, Olympische Spiele, Kreditkarten, Gold ist so das beste Level, obwohl bei Kreditkarten gibt es manchmal noch Platin, sorry. Aber Gold assoziieren wir mit wertvoll und eigentlich dann eine gute Idee, sicherheitshalber in Gold zu investieren. Ich glaube, es ist vor allen Dingen halt jetzt gerade auch wieder ein großes Thema, weil der Goldpreis halt immer wieder so an verschiedenen Höchstständen kratzt und das ist halt dann so ein Thema, was immer wieder nach oben gespült wird. Und das ist dann auch ein bisschen ein Reminder vielleicht ja auch für dich, die Benutzerin, die Benutzer, dass du sagst so, ah ja, wie war denn das mit dem Thema Gold und vielleicht hast du ja mittlerweile auch, bist du auch schon ein paar Jahre dabei beim Thema Vermögensaufbau und denkst da, ja, ich könnte ja mal noch ein bisschen weiter diversifizieren. Ich könnte ja noch mal ein bisschen was irgendwie in Gold stecken, weil es ja irgendwie dann auch eine sichere Nummer. Ja, auf jeden Fall. Also was klingt sicherer als Gold? Aber wie sicher das ist und wann es eine gute Idee ist, diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Und wir geben dir auch eine ganz klare Empfehlung, wie du es tatsächlich mit dem Gold halten solltest, wenn du das möchtest. Und die ist sehr klar und sehr einfach, denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, du hast es schon angesprochen, der Goldpreis ist das letzte halbe Jahr, kann man denke ich sagen, ziemlich, ziemlich stark gestiegen. Und es gibt sehr viele Leute, die für Gold plädieren. Ist auch sehr beliebt in der Prepper-Szene, habe ich gehört. Also da ist das so, wenn dann alles zusammenbricht. Ja, das ist doch auch irgendwie so das Szenario, dass man irgendwie in diversen, keine Ahnung, Netflix-Filmen oder Serien sieht. Irgendwie kommt dann mal wieder der Weltuntergang, wo keiner so richtig weiß, wo der eigentlich herkommt. Wenn es nicht gerade meteoriert ist, der die Erde vernichtet. Und dann irgendwie so, my home is my castle. Dann baut man sich so zu Hause irgendwie ein, am besten noch mit entsprechend bewaffnet, wenn es um Amerika geht. Aber wo liegt das Gold? Das hat man irgendwie entweder im Keller, im Safe oder sogar am besten noch irgendwo vergraben. Nämlich als Gold natürlich. Weil das ist das, was dir keiner streitig machen kann und was auch auf keinen Fall an Wert verlieren kann. Was eben auch eine schlimme Krise überdauert wird. Und so ganz, so ganz verkehrt ist der Gedanke nicht. Aber es sind ein paar, sag ich mal, Fehlschlüsse drin. Oder ein paar Kurzschlüsse, so könnte man vielleicht sagen. Aber da kommen wir gleich dazu. Genau, bevor wir loslegen, kommt nämlich unser Anti-Werbe-Blog. Wir haben uns ja heute ein bisschen, ja, ein komplexeres Thema rausgesucht, würde ich sagen. Ja, ist es schon. Aber für komplexe Fragen hat Finanztip tatsächlich ein eigenes Format, in dem du, Saidi oder Hermann, deine eigenen Fragen stellen kannst. In einem direkten Format, einfach per Videocall, nämlich das Finanztip-Experten-Gespräch. Und ja, du freust dich, glaube ich, schon aufs nächste Mal. Absolut, ne? Also das finde ich immer ganz toll, sozusagen zu sehen, auch mal aus dem Leben gegriffene Beispiele von euch letztendlich zu sehen. Ja, von unseren Nutzerinnen und Nutzern, ja, was es jetzt, welche Probleme es bei der Steuererklärung gibt, welche Probleme es bei der Altersvorsorge gibt, gerade mit alten Verträgen zum Beispiel. Was für gedankliche Fehler vielleicht auch mal beim Thema ETF und Aktien noch gemacht werden, weil das ist manchmal auch Sachen, die natürlich sehr emotional beladen sind und wo man dann auch schnell mal so ein, ja, eben auch wieder so einen Kurzschluss letztendlich drin hat. Und der kommt halt nur im persönlichen Gespräch eigentlich raus. Und deswegen freuen mich diese Expertengespräche immer sehr. Und wie du teilnehmen kannst in dem Expertengespräch, das exklusiv für unsere Finanztip-Unterstützer, wie du teilnehmen kannst und Unterstützer werden kannst, erfährst du in den Shownotes unter unserem Podcast. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Gold. Ich habe davor so ein bisschen überlegt, naja, warum sind wir eigentlich so crazy auf Gold? Und ich habe mir gedacht, die Antwort ist eigentlich überraschend einfach. Es verspricht ja langfristigen Werterhalt aus einem relativ einfachen Grund. Und Gold war schon immer relativ wertvoll. Also von der Antike bis heute leben wir eigentlich in einer Welt, in der Gold einen gewissen Wert hat. Ja, das ist also sehr interessant, dass diese Gold, diese Wertzuschreibung an Gold immer schon funktioniert hat. Weil machen wir es uns mal ganz klar. Am Ende ist es nur so ein glänzendes Zeug, weil es halt irgendwie aus dem Boden kommt, um es mal so böse zu formulieren. Und ich mache mal ein kurzes Gedankenexperiment. Also erstmal, welchen Nutzen hat denn Gold wirklich? Naja, jetzt kommt natürlich sofort das Argument Schmuck, ne, also irgendwie und so weiter. Klar, das ist auch richtig, ja, und dafür wird der Gold natürlich auch hergenommen. Aber das ist auch schon alles. Und das macht nur auch einen nicht so großen Anteil des Weltgoldvorkommens sozusagen aus. Und andererseits könnte man sich auch vorstellen, naja, jetzt kommt sowas vielleicht ja auch mal aus der Mode. So wie anderer Schmuck ja auch aus der Mode kommt. Ja, dass Leute halt sich denken so, ich weiß, das ist ein Gedankenexperiment, Gold ist irgendwie nicht mehr in. Und genauso könnte man auf die Idee kommen, die Leute denken so, dieses Zeug, ja, was haben die sich früher eigentlich dabei gedacht? Wieso sollte das noch irgendwas wert sein? Und wenn das tatsächlich eintreten würde, eintreten würde, naja, dann wäre Gold natürlich auch nichts mehr wert, muss man ganz deutlich so sagen. Aber das ist natürlich undenkbar und eine viel längere Tradition als bei Gold gibt es nicht. Und es gibt natürlich auch schon gute Gründe, warum das nicht eintritt, beziehungsweise warum wir dem Gold immer diesen Wert auch relativ, so gesehen in der Kaufkraft relativ beständigen Wert beimessen. Zum einen, weil es natürlich offensichtlich selten ist, das ist natürlich das andere. Und das Zweite, es hat natürlich einfach wirklich was Emotionales an. Diejenigen unter euch, liebe Nutzerinnen und Nutzer, die schon mal so eine Goldmünze in der Hand gehabt haben oder überhaupt ein Stück Gold in der Hand gehabt haben, naja, das hat schon wirklich Appeal. Da merkst du einfach als Mensch, dass dich das irgendwie in gewisser Weise anfasst, weil es glänzt halt schön, nicht mehr und nicht weniger und es ist schwer. Das fühlt sich einfach werthaltig an, so eine Goldmünze da auf der Hand zu halten. Und da, ich bin nicht überzeugt davon, das ist auch schon der wesentliche, ganz wesentliche Grund, warum sich das seit tausenden von Jahren nicht geändert hat. Und zum Beispiel im Gegensatz zu Silber, also wenn wir jetzt mal andere Edelmetalle rannehmen, Gold ist ja auch in seiner Schönheit langlebig. Also wenn so Archäologen so keltische Münzen ausgraben, die seit Jahrtausenden im Boden liegen, die glänzen trotzdem schön. So eine Silbermünze, die läuft halt irgendwann an, dann ist die schwarz und denkst du so, okay, ist das jetzt eine Silbermünze oder nicht? Mit bloßem Auge schwer herauszufinden. Gold verliert nie diese glänzende Magie, das macht es natürlich einfach attraktiv und gibt ihm natürlich Wert. Und was ich mir noch gedacht habe, man hat natürlich noch zwei große Vorteile. Du kannst es in der Hand halten, im Gegensatz zum Beispiel zu Bitcoin. Es gibt ihm natürlich einen zusätzlichen Wert und es ist natürlich begrenzt. Es gibt ja diese Rechnung, ich weiß gar nicht, wie groß dieser theoretische Würfel ist aus allem bisher geförderten Gold. Aber Begrenztheit ist, zumindest auf der Erde ist es begrenzt. Das macht es natürlich auch theoretisch nochmal wertvoller, alles was unendlich vorhanden ist. Weil wenn man sozusagen jetzt gedanklich diesen riesigen Goldwürfel, des begrenzten Goldes, allen Goldes auf der Welt, gegen die Menge, also quasi des Weltbrutto-Sozialprodukts oder Weltbrutto-Inlandsprodukts, kann man das so überhaupt sagen, dagegen rechnet, dass immer wertvoller wird, natürlich vor allen Dingen durch technologischen Fortschritt. Also so ein Auto kann halt heute mehr als ein Auto von früher und so weiter. Von Computerchips will ich gar nicht erst anfangen. Nein, dann ist natürlich klar, dass der Wert dieses offensichtlich begrenzten riesigen Goldwürfels natürlich an sich auch steigen muss, weil der Gegenwert sozusagen auch steigt. Natürlich ist das nicht richtig, also das ist nur auch wieder ein Gedankenexperiment, denn natürlich ist es nicht so, dass das gesamte Gold dem Weltbruttoinlandsprodukt wirklich gleichzusetzen ist. Das ist natürlich auch die Frage, wie gut schlägt sich Gold jetzt eigentlich in so Krisen, also wofür es immer versprochen wird und eben auch als Investment und das schauen wir uns in dieser Folge tatsächlich mal genauer an, anhand von Krisen und wir starten jetzt mit einer Krise, die ich persönlich nur so Phönix-Dokumentationen kenne, nämlich der Ölkrise 1973. Bevor ihr nachschauen müsstest, ist die mit diesen autofreien Sonntagen und den leeren Autobahnen, ich glaube, damit können wir es am besten zusammenfassen und naja, die hat sich natürlich auf den Goldpreis und die Börse ausgewirkt, also diese stark steigenden Ölpreise geht von September 73 bis September 74 ungefähr und wenn man sich das jetzt mal anschaut, in dieser Zeit, also ab September 73 bis September 74 hat Gold, willst du raten, wie viel Rendite real Inflation schon abgezogen? Genau, also jetzt müssen wir vielleicht eines dazu sagen, jetzt kommen wir ja zu Beispielen, wo sich Gold in der Krise wahrscheinlich relativ gut verhalten hat, also das würde ich, ich weiß es jetzt nicht, ich weiß, dass es nicht in allen Krisen super gut gelaufen ist beim Gold, aber wir wollen so ein bisschen über diesen Mythos Gold als Krisenwährung reden. Dabei gleichzeitig aber auch sichtbar machen, dass Gold halt einfach schlichtweg vom Preis her ganz schön schwankt und schwankt heißt halt auch immer nach oben wie nach unten, also es ist nicht so, dass wir eine Einzahl zahlen. Also 1973, Gold in der Ölkrise, was sage ich jetzt, das wird schon ganz schön ordentlich gestiegen sein, ich sage jetzt 25, 30 Prozent mehr. Über ein Jahr, also bis September 74, Real Inflation ist schon abgezogen, 55 Prozent Rendite. Wow. MSCI World im Vergleich, 37 Prozent Verlust, Real Inflation schon eingerechnet, also in dieser Krise hat Gold tatsächlich funktioniert. Problem ist jetzt natürlich, dass es auf ein Jahr bezogen. Genau, auf so einen engen Abschnitt, wo da genau, ich nehme genau den Kurs an dem Tag und den Kurs zwölf Monate später und das mag dann, wenn du den Zeitraum nur ein bisschen veränderst, mag das wieder ganz schön anders aussehen. Genau, wir sind da natürlich, dass es nicht investieren, wir sind im Bereich von spekulieren, ganz klar. Wenn wir jetzt schauen über 15 Jahre, also bis September 88, wir sind so am Ende des Kalten Krieges dann schon und Gold mit 4,1 Prozent realer Rendite. Pro Jahr nehme ich an, genau, über diese 15 Jahre. Ist okay. Real, also nach Inflation, wir sagen immer so 5 Prozent real, dann bist du schon ganz gut dabei. Okay, kann man nehmen. MSCI World aber 6,5 Prozent und das klingt jetzt nach wenig Unterschied, diese 2,5 Prozent ungefähr pro Jahr, aber das macht richtig, richtig viel aus über 15 Jahre. Also da sind wir in einem ganz, ganz krassen Fall. Krise Nummer zwei. Lass mich kurz dazu noch was sagen. Woran liegt das jetzt, muss man ganz klar sagen, weil natürlich die 80er Jahre, vor allem der Anfang der 80er Jahre eine relativ starke Börsenphase war, eine sehr gute Börsenphase war. Und was wir ja halt sagen, wenn jetzt man sich vorstellt, jemand hätte, tja, letztendlich wahrscheinlich vor der Krise, das ist ja das Nächste, das Timing wäre ja extrem mäßig gewesen, ja, vor der Krise entweder grundsätzlich in Gold investiert oder hätte seine Aktien in Gold investiert, dann hätte er erstmal gegenüber dem durchschnittlichen Aktien-ETF-Inhaber total gut ausgesehen, hätte aber dann, wenn er es weiter gehalten hat, ist ja super gelaufen, was, 55 Prozent real, ja, top, kann ich mich gar nicht beschweren und hätte das dann über die langen Jahre der 80er, langen 80er Jahre weiter gemacht, hätte er sich wahrscheinlich nicht beschwert, ja, weil vier Prozent real, nochmal, da würden sich die wenigsten Leute beschweren. Was er aber nicht gesehen hätte, und das ist halt das Entscheidende, Opportunitätskosten, ja, dass er halt mit Aktien nach 15 Jahren deutlich sehr, sehr, sehr viel besser dargestanden wäre, weil zwischen vier Prozent und sechs, sechs und ein halb, glaube ich, waren es oder sowas in Richtung, das ist schon ein ziemlich ordentlicher Unterschied. Und es kommt ja noch dazu, du musst ja auch das Gold irgendwo aufbewahren. Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Aufbewahrungskosten und so weiter haben wir ja noch gar nicht dagegen gerechnet, aber gut, solange es jetzt nicht riesige Mengen sind, hält sich es vielleicht auch noch etwas im Grenzen, so ein Schließfach kann man schon bezahlen. Krise Nummer zwei ist, würde ich sagen, die definierende Krise meiner Generation, jeder weiß, was er an diesem Tag gemacht hat, nämlich der 11. September 2001, ich weiß das noch sehr genau, das war mein erster Schultag im Gymnasium. Nein, wirklich, krass Sache. Es konnte danach nur noch besser werden, meine Schulzeit sozusagen. Ja, die Terroranschläge am 11. September haben sich natürlich krass auf den Goldpreis und die Börse ausgewirkt. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viele Tage der Börsenhandel ausgesetzt wurde, aber es waren einige, also ich glaube, es waren sieben, fast eine Woche. So was in Richtung, ja. Ja, auf jeden Fall ist der Goldpreis in fünf Handelstagen um 6,5 Prozent gestiegen. Also nicht so viel im Vergleich zur Ölkrise, ja. Und der MSCI World ist ungefähr 5 Prozent runtergegangen. Gut. Geht? Das sind jetzt Schwankungen, wo man sagen würde, angesichts der Ausmaße dieses Ereignisses, wenn man sagen würde, mein Gott, nicht so schlimm, ja. Es geht natürlich bestimmt wieder eher um die Frage, wie es danach weitergegangen ist. Wir sind jetzt in einer krassen Krise, also der 11. September, würde ich sagen, war zumindest für die ganze westliche Welt vom Gefühl her ein extrem einschneidendes Ereignis. Aber in den zwei Monaten danach ist halt der MSCI World um 4,5 Prozent hoch und der Goldpreis um 5 Prozent runter. Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass der 11. September auch noch in so eine Zeit von ziemlicher Volatilität eingeschlagen ist. Also mit anderen Worten, da war die Nervosität insgesamt an den Märkten eh schon groß. Warum? Weil ja unmittelbar davor angefangen hat, die sogenannte Dotcom-Blase, also die Internetaktien sozusagen zu platzen, weil da sehr viele Firmen auch pleite gegangen sind. Und insgesamt ja so von ganz grob 2000 ungefähr, ja, dann über 2001, also 11. September und 2002 drüber, die Börse ja ganz schön in die Knie gegangen ist. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass du in solchen Situationen, wo es mal runter geht, auch wieder so einen Rebound-Effekt hast, dass es dann auch wieder sprunghaft nach oben steigt, weil irgendwelche Spekulanten, das ist nichts anderes, ja, halt auch wieder ihre Gewinnchancen sehen und dann auf einmal wieder reingehen. Es kann aber auch, habe ich letztens neu gelernt bei uns in der Mittagspause von unserem Kollegen Markus, das kann natürlich auch der Dead Cat Bounce sein, der da stattfindet. War es in dem Fall, war es jetzt auf die Aktien bezogen, war es das auch. Für euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, es ist eigentlich ein ziemlich makabrer Vergleich. Wenn so ein Kurs richtig abstürzt und dann macht er nochmal so ein ganz kleines Hoch und denkst, oh, jetzt geht es wieder bergauf und dann geht es wieder runter, das ist der Dead Cat Bounce. Der muss gar nicht so klein sein, also das ist wirklich eine Gefahr, aber die Gefahr besteht nur dann, wenn ihr kurzfristig orientiert seid und meint, gerade in der Krise spekulieren zu können und sozusagen auf so ein, ah, das war jetzt die Erholung, das so darauf zu springen. Das war übrigens während Corona quasi andersrum der Fall. Also da war ja dann ganz kurz nach März, April, würde ich sagen, war wieder Schluss. Also krasses Vor- und dann ist es wieder umgegangen. Und da habe ich dieses Wort, damals habe ich dieses Wort sogar zum ersten Mal gelernt, weil ich kannte diesen mit der Krisenrallye sozusagen, kannte ich schon, aber den Dead Cat Bounce, den hatte ich damals zum ersten Mal gehört. Und das war für viele Leute der Grund, nicht zu investieren. Dann sind es vielleicht drinnen geblieben, aber jetzt nochmal nachzulegen, oh nee, das geht bestimmt nochmal weiter runter, weil das gab es ja noch nie, dass wir alle in Quarantäne waren, die ganze Welt. Und tatsächlich hat sich halt herausgestellt, dass es sehr viele Firmen gab, die davon profitiert haben, dass alle Leute sehr viel Zeit hatten. Nur noch kleiner Exkurs, warum heißt das Ding so? Es ist relativ makaber, das ist quasi der Hüpfer, den eine tote Katze macht, wenn du sie aus dem Fenster wirfst. Und dann springt die noch einmal so auf. Und das ist quasi der Bounce, ja, zurück zu erfreulicheren. Zum Börsenhändler an der Wall Street, glaube ich, denen wohnt schon ein gewisser Hang zum Makabersein inne. Also das passt auch sehr gut zu dem trockenen und nüchternen Aura, die sich so einem Börsenhändler gibt im Sinn von, mich kann eh nichts schocken. Ja, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, das ist sehr interessant. Also wir hatten jetzt auf dem kurzen Horizont, ist der MSCI World besser gelaufen. Und jetzt haben wir aber beim 11. September so einen kleinen Sonderfall. Über 15 Jahre hat Gold da nämlich besser funktioniert. Also es hat über 15 Jahre 8,1 Prozent per annum gemacht, real. Wieder real nach. Also Inflation ist abgezogen. Also quasi 8,1 Prozent tatsächliche Rendite, die du einstecken kannst, liebe Nutzer, lieber Nutzer. Pro Jahr. Pro Jahr. Und der MSCI World hat nur 2,8. Ja, gut. Jetzt muss man natürlich gleich dazu sagen, dass das natürlich, wenn wir jetzt über 15 Jahre, das heißt, du hast jetzt von 2001 bis 2016 wahrscheinlich sozusagen, dann gerechnet, da sind halt mit die 15 schlechtesten Aktienjahre drin, die du haben kannst. Warum? Ist doch ganz klar. Weil da natürlich die große Finanzkrise nochmal hinterher kam. Also 2007, 2008 hat es halt die Aktienkurse dann nochmal zusammengehauen, obwohl sie sich inzwischen erholt hatten. Und das in so einer Phase mit zwei der schlimmsten Börsenkrisen letztendlich, wenn man jetzt so 2001, 2002, 2003 noch schaut und dann 2007, 2008, die so kurz nacheinander waren, dass da Gold besser läuft, ist jetzt grundsätzlich, finde ich, nicht verwunderlich. Aber was waren es? 2,8 Prozent real? Ja, es ist 8,1, glaube ich, real. Das ist natürlich schon ein massiver Unterschied zu dem Zeitpunkt. Aber nochmal, das klingt jetzt vielleicht für euch nach tollen Zahlen, aber das muss ich auch vor Augen halten, dass man irgendwie mitten in der Krise 2001 sozusagen sich entscheidet, ich gehe jetzt komplett aus Aktien raus und haue alles in Gold. Das wäre das Szenario, über das wir hier gerade reden, wie wahrscheinlich ist, dass ihr da so gutes Timing wirklich erwischt. Ja, wir sind natürlich jetzt auch in dieser Situation, wir haben so ein bisschen diesen, ich nenne es immer so den Sportstudio-Vorteil, im Nachhinein über Börsenkurse zu reden, ist super einfach. Im Nachhinein über das Champions-League-Finale zu reden und wieso da wer gewonnen hat, super easy. Das vorher zu wissen, ist die Kunst. Und das macht es uns natürlich hier leicht. Du hast ja die Finanzkrise schon angesprochen, was ich mich da noch gefragt habe, was bestimmt auch eine Rolle spielt. Die Finanzkrise ist ja dann auch zu so einer Staatsschuldenkrise geworden. Also wir erinnern uns alle noch an die griechischen Staatsschulden und muss der Euro gerettet werden. Und für viele Leute, die in Gold investieren, ist das, glaube ich, auch ein Faktor. Also die spekulieren ja drauf, zum Beispiel jetzt sagen wir, der Euro hat theoretisch, sagen wir, der Euro hat ganz, ganz krasse Inflation und dann geht die EZB hin und sagt, ja, wir machen jetzt den neuen Euro und du musst den umtauschen und du bekommst quasi für 100 Euro einen so einen neuen Euro. Ja, also jetzt müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine sind wirklich Goldspekulanten oder, sage ich mal, vielleicht auch so Goldjünger, die mit sowas, auf sowas spekulieren, aber mit sowas auch teilweise auch rechnen, zu sagen, hey, ich glaube daran, dass der Euro sich nicht durchsetzen wird, dass die Europäische Union zerbricht, was weiß ich auch mal, was man sich vorstellen kann und deswegen hole ich mehr Gold. Okay, kann man meinen, ich meine es nicht, ich glaube es nicht, ja. Und die andere Seite würde das, und das ist natürlich sehr viel näher an unserer Position dran, zu sagen, ich begreife das einfach als Absicherung. Ich sage nicht, dass das passiert wird und es geht auch nicht darum, ob ich glaube. Ich sage nur, es gibt eine kleine, sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann und für diesen Fall will ich mir quasi in Form von Gold eine Sicherheit mit ins Depot legen. Der Punkt ist natürlich schlichtweg mal wieder, das ist ja alles nicht Null oder Eins. Niemand, glaube ich, ernsthaft redet darüber, ob ich Gold oder Aktien machen soll, sondern zu welchen Anteilen natürlich. Wir kommen gleich noch weiter drauf. Die Idee von diesen Goldspekulanten ist doch, so wie ich das sagen würde, naja, das Gold bleibt quasi konstant viel wert und auch wenn jetzt die Währung entwertet wird, ich habe da mein Gold und dann wird mein Vermögen nicht kleiner, weil der Goldwert bleibt konstant, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, oder? Ja, kann man so sagen. Naja, dann, jetzt haben wir so viel drüber geredet und das klingt jetzt so, wie wenn dieser Slogan aus dieser Pralinenwerbung, wenn ich auf Gold setze, klingt eigentlich irgendwie ganz attraktiv. Wenn man, wir haben natürlich noch ein paar Negativbeispiele. Ja, die ganz lange Perspektive wirst du wahrscheinlich jetzt auspacken, oder? Da sieht es nämlich anders aus. Genau, also es ist einmal, was du wissen solltest, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, Gold schwankt stärker als der MSCI World in seinem Wert und Lieferant. Das meint man ja immer gar nicht, aber ist tatsächlich so, ja. Man kann sich das so ein bisschen, wenn man, aber das ist vielleicht auch bei uns, weil wir natürlich sehr viel Medien zu so Themen konsumieren, da merkt man das immer ein bisschen, weil Gold feiert sehr oft neue Höchststände. Und das heißt natürlich, es geht dazwischen immer wieder weg von diesen Höchstständen. Und das mit den neuen Höchstständen hört sich natürlich auch so ein bisschen wie nach Aktien an, im Sinne von, da gibt es ja auch immer wieder neue, neuer DAX-Höchststand und so weiter, immer wieder neue Höchststände. Dann hat man so das Gefühl, das ist vergleichbar, aber das ist schon mal die erste Message, weil Gold halt an sich jetzt erstmal rein der Preis im Wesentlichen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Und Angebot und Nachfrage schwanken halt da bestimmt von vielen Faktoren, haben wir gerade schon gehört, Inflation, Zinsniveau, Aktienkurse und so weiter oder auch Staatsschulden. Und da, weil halt so ein, wenn ein Gut wie Gold eben durch Preis, durch Angebot und Nachfrage im Wesentlichen bestimmt wird, dann ist es ganz normal, dass der Preis auch entsprechend deutlich schwankt. Und Herr Gold liefert tatsächlich weniger Rendite. Das sieht nur in diesen Krisen, die wir jetzt rausgezogen haben, anders aus. Also ein Beispiel, gehen wir mal 1975 bis Ende 2023. Also wirklich ein langer Zeitraum. Macht Gold, real Inflation schon abgezogen, 2,17%. Also Inflation geschlagen, erstmal gut. Naja, bei der MSCI World macht 6,66% real Inflation schon abgezogen. Also der macht es dreifache an Rendite. Und das macht für dein Vermögen einen massiven Unterschied. Ja, und da muss man natürlich auch ganz deutlich sagen, woran lag das? Weil wir halt gerade in den 80er und 90er Jahren eine ganz lange Down-Phase mit Gold hatten. Und das ist halt schon etwas, was man halt auch sehen muss, dass Gold halt in dem Sinne auch nicht nur risikoreich ist, weil es eben, weil der Preis schwankt, sondern weil du eben hier auch lange Phasen haben kannst, nicht musst, aber kannst, wo der Preis sich überhaupt nicht in dem Sinne ins Positive bringt. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange dieser Zeitraum war, aber das waren wirklich erhebliche Jahrzehnte lang, in dem Fall ja über die 80er und 90er Jahre eine Phase, wo du an Gold einfach keinen Spaß hattest. Vor allen Dingen deshalb, das ist natürlich ein wesentlicher Grund, weil du ja keine Erträge davon hast. Also du kannst dir deinen Goldwaren nehmen, ja, und davon runterfeilen, sozusagen, und dann den Goldstaub verkaufen. Ich würde sagen, macht das jetzt ein bisschen sarkastisch. Aber das ist halt nicht das Gleiche, als ob eine Aktie eine Dividende abwirft. Es ist bei Gold kein laufender Ertrag. Ich feile wirklich in dem Sinne, um in diesem Bild zu bleiben, das ist nur als Bild gemeint, ich feile wirklich an der Substanz. Dagegen wird die Dividende natürlich aus dem Ertrag, aus dem laufenden Gewinn des Unternehmens gezahlt, oder sollte sie zumindest. Und diese laufenden Erträge, genauso wie Zinsen, fehlen halt bei Gold. Du hast ja danach immer noch eine Aktie. Also du hast ja nicht weniger Aktie, weil die Dividende, dann ausgezahlt wurde. Ja, und nur um das kurz nochmal in Zahlen zu fassen, also zwischen 1980 und 2001 hat Gold real 80% an Wert verloren. Das sind 21 Jahre, ne? Ja. Über 21 Jahre 80% nach Inflation verloren. Heiliger Bim-Bom. Und der MSCI World hat in der Zeit 10% Planung gemacht. Also eine solide Phase. Ein gigantischer Unterschied. Der Punkt ist natürlich, muss man sehen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen fies, weil du jetzt wahrscheinlich gerade bei 1980 warst, glaube ich. Natürlich gerade eine Phase abgeschnitten. Das ist wieder so ein Timing-Effekt, wo Gold gerade relativ gut gelaufen war. Aber nichtsdestotrotz sind es 21 Jahre. Und selbst wenn ich aus diesen 21 Jahren, ich sage jetzt irgendwas, 10 oder 15 Jahre rauslief, dann war es immer noch nicht toll. Und nochmal, der Hauptgrund, warum das passiert ist quasi, weil es ist ein bisschen schwierig, das so eins zu eins zu vergleichen. Aber wenn ich schon Asset-Klassen miteinander vergleiche und jetzt hier zum einen Aktien als Vergleich zu Gold nehme, aber auf der anderen Seite sicherlich auch Zinsanlagen, dann fehlt halt diese laufende Ertragskomponente. Übrigens immer die gleiche Leier, die ich wieder immer anstoße, zu sagen, natürlich sind Dividenden bei Aktien wichtig. Dividenden liefern einen wichtigen Beitrag zum laufenden Ertrag und damit auch zum laufenden Zinseszinseffekt bei Aktien. Und dann kommen wir endlich zu dem, was wir versprochen haben, nämlich einer klaren Lösung, wie du es mit dem Gold machen kannst. Und unser Tipp ist ganz klar, du solltest maximal 10% deines Vermögens in Gold stecken. Naja, warum? Es gibt, wie wir ja auch ein bisschen rausgearbeitet haben, es gibt schon Sicherheit gegen große Krisen. Und wenn du das maximal mit 10% machst, pufferst du das ja so ein bisschen ab, aber deine Chance auf Rendite mit dem MSCI World bleibt halt trotzdem gut. Genau, also erstmal die Ausgangshypothese. So wie wir sagen, warum investiere ich in Aktien? Weil ich mit einer laufenden Gewinnsteigerung letztendlich der Weltwirtschaft, der großen Aktiengesellschaften dieser Welt, rechne und damit mein Vermögen aufbauen will, ist die Hypothese oder die Annahme, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn ich in Gold investieren will, zu sagen, ich möchte in meinem Vermögen eine Absicherung gegen eine wirklich schwere Krise. Und schwere Krise meinen wir hier tatsächlich nochmal was Heftigeres als in Anführungszeichen nur ein Börsencrash um 30, 40, 50%. Schwere Wirtschaftskrise in dem Fall gemeint so etwas tatsächlich, wie dass eine Währung auseinanderbricht, eine Währungsreform zum Beispiel oder sonstige weitreichende, schwere Wirtschaftskrisen. Und die Annahme, die ist halt auf der Vergangenheit schon relativ gut begründet, ist, dass in so einer schweren Krise Gold seinen Wert wahrscheinlich stark steigern würde, vielleicht sogar vervielfachen würde. Und dann kann ich von meinem 10% meines Goldes sozusagen einen Teil auch, letztendlich der Aktienkörperlust, die es ganz bestimmt dann auch geben wird, letztendlich ausreichen. Das ist eine Art von Hedging für die Profis und auch eine Art von Absicherung gegen eine solche schwere Wirtschaftskrise, aber eben auch nur mit 10% meines Vermögens, weil grundsätzlich die Basisannahme ist zu sagen, die Masse des Vermögens, die Masse, die insbesondere in Aktien investiert ist, die kann ich vernünftig anlegen und wird dann auch, sofern alles normal läuft, auch eine Rendite liefert, die zumindest historisch, aus der historischen Erfahrung, eine Rendite deutlich oberhalb von Gold langfristig liefern wird. Was natürlich so der kleine Haken dran ist, unsere Empfehlung ist ganz klar, kauf nur physisches Gold, also Gold, das du in der Hand halten kannst, nämlich Münzen oder Barren. Und dann kommt natürlich die nächste Baustelle, die musst du halt sicher aufbewahren. Also das klassische Dagobert-Dag-Modell sozusagen bei dir zu Hause, eventuell im Tresor oder zum Beispiel in einem Bankschließfach, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das verursacht halt beides Kosten, die natürlich von der Rendite weggehen. Je nachdem vom investierten Betrag ist das natürlich irgendwann nicht mehr relevant, aber alle Tipps dazu findest du in unserem Ratgeber, den wir in den Shownotes verlinken. Aber das ist natürlich schon nochmal eine Baustelle, weil du musst es ja zum Beispiel auch nochmal mit deiner Hausratversicherung abklären, wenn du es zu Hause aufbewahrst, wie ist es dann abgesichert. Es kann ja doch mal sein, dass jemand einbricht oder so. Genau, es ist nicht so einfach, wie sich eine App aufs Handy zu laden, wie so ein Werbpapierdepot, Neobroker. Natürlich, das ist schon deutlich einfacher, das ETF investieren als investieren in Gold. Ich habe einfach mal physisches Zeug, um das ich mich kümmern will. Und wenn ich das nicht will, wenn ich zum Beispiel in digitale Lösungen bei Gold investiere, zum Beispiel natürlich Xetra Gold, der hat ein Werbpapier, das ich einfach so kaufen kann und damit direkt in Gold investiert bin, das, wo mir auch grundsätzlich ein physischer Anspruch, also ein Lieferanspruch gegeben ist, also das ist schon interessant. Andererseits muss ich mir wieder vor Augen führen, für welchen Fall mache ich das eigentlich? Und nochmal, unsere Empfehlung bei Finanzpro ist, wir raten dir zu sagen, mach das nur, wenn du dich gegen eine schwere Krise absichern willst. Wenn du daran glaubst, wenn du Angst hast, schlichtweg davor, dass das kommt, dann ist es keine verkehrte Idee, bis zu 10% von deinem Geld in physischem Gold zu halten. Übrigens dann auch, weil du ja gesagt hast, das ist alles mit Kosten verbunden, entweder mit Aufwand für dich selbst oder mit Kosten für den Bankschließfach. Das macht man in aller Regel nur, wenn man schon irgendwie ein vernünftiges Vermögen angehäuft hat, was auch immer das bedeutet. Also ich würde nie irgendwie unter ein paar tausend Euro in Gold anlegen. Es lohnt sich nicht jetzt mit 500 Euro in Gold anzufangen. Das ist irgendwie nett, das ist fast schon eher Spielerei dann, aber nicht eine ernsthafte Vermögensabsicherung, weil dann kann ja das gesamte Vermögen einfach auch nicht so groß sein. So, und für diesen Fall einer schlimmen Krise, naja, da will ich mein Gold bei mir haben. Da will ich nicht darauf angewiesen sein, dass ich mich erstmal an irgendeine Bank oder sonstige Organisation wenden kann und dort mein physisches Auslieferungsrecht quasi durchzusetzen, weil in so einer schweren Krise mögen halt auch verschiedene Systeme tatsächlich einfach mal nicht funktionieren. Und da will ich nicht darauf angewiesen sein, wenn ich jetzt das Gold wirklich brauche, weil ich mir davon zum Beispiel tatsächlich sogar auch lebensnotwendige Sachen kaufen muss, weil ich es vielleicht teilweise in eine neue Währung umtauschen will, da will ich nicht auf so eine Konstruktion angewiesen sein, die vielleicht grundsätzlich total solide gebaut ist, aber wo ich letztendlich darauf angewiesen bin, im Fall der Fälle, wenn es wirklich hart auf Fahrt kommt, mich auf so einen Lieferanspruch verlassen zu müssen. Genau, und wo wir dir empfehlen, Gold zu kaufen, liest du auch in unseren Shownotes. Geht übrigens super online. Also man muss Gold nicht jetzt irgendwie beim Goldhändler oder so kaufen, da ist auch der Kurs oft mal nicht so klar und nicht absichtlich, also da wäre ich wirklich vorsichtig, sondern bei einem zertifizierten Online-Händler, so wie wir es eben bei uns auf der Seite haben, Stichwort Shownotes, kann man unproblematisch inklusive versicherten Versand, die Frage hat man ja dann auch immer, oh Gott, wie kommt das Zeug eigentlich zu mir, kann man auch online Gold problemlos kaufen. Und ich würde sagen, das Fazit ist, anders als bei Süßigkeiten gewinnt man nicht immer, wenn man auf Gold setzt. Nee, das kann auch, ich will nicht sagen, total in die Hose gehen, das ist schon relativ unwahrscheinlich, dass es total in die Hose geht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es langfristig weniger macht als ein breit gesteuertes Aktienportfolio, ist schon ziemlich hoch. Und dann kommen wir auch schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer und Thomas möchte von dir wissen, hey Saidi, Gemeinschaftsdepot, ja oder nein, gemeinsames Girokonto ist schon vorhanden. Also grundsätzlich, würde ich sagen, auch das ist, da gibt es kein wirklich richtig oder falsch. Ich bin kein so ein Freund grundsätzlich von so einem Gemeinschaftsdepot, weil auch da ist es wieder so, dass sich beide Partner, das sind wir bei dem Partnerthema, schon relativ einig sein müssen, was so die eigene Risikobereitschaft angeht, was das Ziel von dem Investment ist und so weiter. Das kann bei allen, wenn wir sagen, hey, wir haben das beide verstanden mit den Aktien ETFs und das ist alles gar kein Stress und wir teilen uns das später auch und wir haben jetzt auch keinen Ehevertrag zum Beispiel, sondern wir machen das nach Zugeweihunggemeinschaft, sollten wir uns mal trennen, weil wir, wenn wir verheiratet sind, dann ist so ein gemeinsamer ETF auch kein großes Problem und lässt sich nachher dann entsprechend anteilig auch die ETF-Teile auch relativ problemlos wieder aufteilen. Aber grundsätzlich im Sinne von, ihr habt jeder euer eigenes Girokonto, ihr habt dann vielleicht ein Gemeinschaftskonto, von dem ihr die Kosten für die Miete und Einkäufe und sowas in Richtung bestreitet, aber so habt ihr natürlich auch getrennt jeder sein Viertöpfe-Prinzip und zu dem Viertöpfe-Prinzip gehört natürlich auch, dass jeder sein Depot hat, führt glaube ich auch am Ende zu weniger Konflikten und zu weniger Streitigkeiten. Es gäbe natürlich noch die Option, in dem Depot zwei getrennte Posten zu besparen, oder? Ja, ich glaube, dann hat man auch immer so ein bisschen Abstimmungsaufwand, so ein bisschen Diskussion, wer geht jetzt wohin, wer wie viel macht, okay, auch bei zwei Depositionen, dass man zwei ETF-Einsparpläne einrichtet, geht auch. Ich glaube, wenn man schon den Gedanken hat, wir wollen das ein bisschen getrennt halten, die ganze Geschichte, da mache ich mir halt auch zwei Depots, dann ist das auch sauber getrennt und jeder kann, auf gut Deutsch gesagt, da so rumwurscht, wie er oder sie will, also mit anderen Worten, dann geht es auch nicht mehr, also dann will einer von beiden vielleicht doch mal ein bisschen spekulativ was ausprobieren, soll es ja geben, das muss man vorsichtig zu sagen, das macht man dann lieber auf dem neuen Depot. Und dann haben wir passend zu unserem Goldthema, eine schöne, ich sag mal, Doomsday-Frage und zwar von Freigeist 1985, hey Saidi, was wäre, wenn Amerika pleite geht? Amerika pleite? Waren sie schon öfter, oder? Habe ich was verpasst? Also, Entschuldigung für den bisschen Sarkasmus, aber es war ja schon öfter so mal, dass der amerikanische Staat, also jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Amerika gemeint, was ist, wenn Amerika pleite geht? Naja, der amerikanische Staat war öfter mal aufgrund von fehlenden Haushaltsbeschlüssen zwischen Demokraten und Republikanern zahlungsunfähig. Und was ist die Definition von pleite, beziehungsweise insolvent, wenn ich nicht mehr zahlen kann? Nun, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, ja, natürlich war der amerikanische Staat in dem Sinne nicht mehr pleite, aber es ist so, wenn Amerika seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt, ist natürlich die Frage, welchen Zahlungsverpflichtungen, dann werden sie pleite. Also kein so völlig undenkbares Szenario, und natürlich geht es jetzt ja darum, dass diese Frage natürlich total vereinfacht ist, ja, weil Amerika besteht sehr viel mehr als nur, in Anführungszeichen, aus dem amerikanischen Staat, sondern auch natürlich auch entsprechende Bundesstaaten, bis hin auf Gemeindeebene, aber dann vor allen Dingen besteht Amerika natürlich auch zu großen Teilen aus der amerikanischen Wirtschaft, ja, und bis die pleite geht, also das ist dann wirklich, wie hast du es vorhin genannt, Weltuntergangsszenario, das ist nochmal eine ganz andere Sache, und nein, das wollen wir uns nicht ausmalen, wenn die amerikanische Wirtschaft tatsächlich zahlungsunfähig wäre, als Gesamte, aber das ist auch vollkommen unrealistisch, weil die amerikanische Wirtschaft natürlich auch mit der Weltwirtschaft sehr stark vernetzt ist, ja, wir müssen nur an die ganzen großen internationalen Konzerne denken, die gehen nicht auf einmal so komplett pleite, das ist dann schon wirklich ein Doomsday-Szenario, und natürlich wäre es alles andere als lustig, wenn der amerikanische Staat nachhaltig zahlungsunfähig würde, das wäre schon ein ziemliches Beben und ein ziemliches Problem, vor allem würde es den US-Dollar wahrscheinlich ziemlich beschädigen, aber am Ende, das ist auch eine ganz wichtige Aussage, es gab ja solche großen Pleitefälle, auch bei Staaten schon, vielleicht jetzt nicht im Fall von der Größe, dass ein Land wie Amerika pleite gehen würde, aber letztendlich, egal wie die großen Krisen in der Vergangenheit ausgesehen haben, ein international bereitgestreutes Aktienportfolio, also mit anderen Worten, ein weltweiter Aktien-ETF, hat sich auch von solchen schlimmen Krisen irgendwann wieder erholt, bloß, dass ich glaube, für diesen Fall wird die Krise wahrscheinlich schon eine Weile länger dauern. Da kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi, vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.